Ich geh einkaufen. Keine Playstation. Wehe, es wird gezockt. Verstanden? Ja, Mama. Du auch, Dima? Ja, Mama. Dann sehen wir uns gleich. Ich bin gleich wieder zu Hause. So, du weißt, was das heißt. Na klar. Perfekt. Zuerst zock ich, du stehst wache an der Tür und dann wechseln wir jede Runde. Alles klar, machen wir so. Nice. Ich hab alles im Blick. Dima, sie kommt! Jetzt schon? So, ich bin wieder zu Hause. Mal sehen, was ihr macht. Ach nichts, ich lese nur ein Buch. Und ich hab was Gesundes. Controller ist, wo er war. Ich behalte euch im Auge.